Musik Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung heute zu einem neuen Gameplay Commentary Ja und im Hintergrund seht ihr ein kleines Team-Doubles-Gameplay auf der Map Relay ist es glaube ich, bin mir nicht ganz sicher Also wenn es nicht Relay ist, ist es auf jeden Fall eine Map, die so ähnlich ist wie Relay Egal, auf jeden Fall, ja, mal wieder ein Commentary Krasser Kack, gab ja lange jetzt kein Commentary mehr, ich hatte ja auch eigentlich gesagt Multigaming und so Komme ich gleich auch nochmal auf alles zu sprechen Ja, irgendwie ein bisschen komisch, möchte sich der Abonnent jetzt denken Und er hat recht, ja, alles ein bisschen komisch gelaufen So, es kam jetzt knapp drei Wochen nichts mehr von mir, davor kam Forza angespielt, zumindest der erste Part Und dann kam einfach nichts mehr, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da fragt so, hä, was soll denn das jetzt? Also das macht ja irgendwie keinen Sinn und so Und ja, es ist im Endeffekt so, dass ich jetzt, ähm, ja, ein anderes Projekt in Angriff nehmen werde Ihr werdet auch noch genau erfahren, worum es da geht, so in ein, zwei Wochen, wie auch immer, mal gucken Ähm, ja genau, dann werdet ihr so erfahren, worum es da geht Habt also noch ein bisschen Geduld, ja Und ja, dann wird es hier wahrscheinlich ein Commentary dazu geben Und nochmal eine Vorstellung, slash Promo, slash was auch immer Und ja, in dieses Projekt fließt jetzt schon viel meiner Zeit rein Und wird auch dann der Großteil meiner Zeit reinfließen, wenn es denn dann soweit ist und losgeht Das heißt, ähm, ja, ich werde, ah, das ist schwierig zu sagen Also ich werde auf jeden Fall zum Beispiel bei German Halo Nation, ich bin ja Administrator Oh, nicht Admin, äh, Administrator, wir wollen ja hier ganz, äh, amtlich bleiben Genau, ich bin der Admin bei GHN und, ähm, ja, da habe ich ja bis vor kurzem auch relativ viel hochgeladen Behauptet jetzt einfach mal, sag ich mal, weil, kann man ja in der Beschreibung sehen Wer da sowas hochlädt, wird ja da immer reingeschrieben Und ich habe da bis vor kurzem relativ hochgeladen, ne Der Bullet auch so bis vor, ja, bis vor einiger Zeit Und, ähm, ja Allerdings, ähm, werde ich da ein bisschen auch den Gang runterschalten Und auch organisatorisch da nicht mehr so viel machen können Ähm, ganz einfach, weil ich halt den Großteil meiner Zeit in, ähm, ja Ja, mein neues Projekt stecken möchte Und, ja, deswegen werde ich da nicht mehr so viel hochladen Natürlich werde ich da immer wieder was hochladen, weil Es ist ein Upload und es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die Welt wäre Und hier, dieser Jump Up, ah Es ist jetzt nicht so, dass das die Welt wäre, äh, so komplex und schwer und krass wäre, da was hochzuladen Bei mir dauert es zwar noch, inzwischen, äh, momentan noch lange, da was hochzuladen Weil ich halt ne scheiß Leitung hab, ganz einfach Selbst wenn die Datei nur 100 MB so groß ist, dauert das trotzdem schön zwei Stunden oder sowas Oder noch länger Und, ähm, ja Aber, naja, kann man verkraften Und ich bekomme eventuell bald eine neue Leitung Ängst muss man das nochmal gucken Dann hätte ich vielleicht, boah Ich will jetzt hier nicht zu viel sagen, weil am Ende erwartet ihr das von mir Aber vielleicht könnte man so einen kleinen Stream dann irgendwann sogar mal machen Mal sehen, mal sehen, mal sehen Genau, so, was wird auf diesem Kanäle passieren, ja, der Quad wird ganz normal weitermachen, wie bisher Einfach so, ob er Bock hat, keine Ahnung, so ein Skyrim, Dragonborn Ding und Commentaries und was auch immer Und, ja, ich werde hier noch Halo Commentaries machen, immer wenn ich Zeit und Lust habe, ja Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das halt, äh, manchmal dreimal die Woche ist oder sowas Ja, wenn ich jetzt, weil dann so ein Commentary an sich ist, ist ja jetzt nicht so aufwendig, ja Wenn man Gämpel hat und weiß, worüber man spricht, dann geht das eigentlich fatzfatz, ja Äh, weil schneiden muss man da nicht wirklich viel und so, ja Und von daher geht das eigentlich ganz gut klar So, und ein, ähm, ja, also kann gut sein, dass es ein bis dreimal die Woche ist Es kann aber auch sein, wenn ich jetzt wirklich keine Zeit habe, beziehungsweise einfach nichts habe, wo, äh, ich sprechen möchte Beziehungsweise einfach keinen Bock oder alles zusammen Dann kann es gut sein, dass auch mal ein, zwei Monate oder so, einfach mal nichts kommt, ja Oder so gut wie nichts Und, ähm, ja, also zumindest hier auf diesem Kanal, ne In meinem neuen Projekt, äh, da werden, wird natürlich, ja, fast immer Content kommen Zumindest gehe ich davon aus und, ähm, ja, da wird ganz viel tolles Zeug kommen und so Aber ich will noch gar nicht zu viel sagen, weil eigentlich will ich das noch nicht offenbaren Ich glaube, es gibt auch schon einen oder anderen von euch, der schon weiß, worum es geht Bitte schreibt es nicht in die Kommentare, ja, und sagt den anderen das damit Das fände ich voll, voll krass und sozial von euch und so Das wäre sehr nett, wenn ihr das noch nicht irgendwie, ähm, spoilern würdet, sage ich jetzt mal Okay, genau, ja, also GRN werde ich in Zukunft, äh, so weniger machen können, ja Ähm, hier wird halt auch nur kommen, wenn ich Zeit finde und Lust und Zeug und ich werde mich Also, müsst ihr euch so vorstellen, mein primäres Augenmerk, ja Also liegt jetzt nicht mehr auf Psycho 1 und 8, so wie es bis vor kurzem dann noch der Fall war Sondern halt auf meinem neuen Projekt Und, ja, dann habe ich ja noch Busy Designs, da will ich auch noch ab und zu was bringen, ja Also, ich will mich ja auch als Editor mal ein bisschen weiterentwickeln und so Und gucke jetzt momentan noch ein bisschen mit 3ds Max rum und so Und probiere das so ein bisschen, gucke mal ein paar Tuschel jetzt an Und mache hier da das und probiere das mal aus Allerdings dauert das natürlich auch so seine Zeit, weil 3ds Max, gut, so die Grundlagen kann man, denke ich mal In einem halb von zwei, drei Wochen oder in einem Monat lernen Je nachdem, ich denke ich werde einen Monat brauchen, weil ich, ja, keine Ahnung Ähm, nicht immer Zeit, beziehungsweise nicht immer Lust habe, mir dann, äh, so Sachen reinzuziehen Wie Tutorials oder da rumzuprobieren und so Manchmal habe ich da halt auch einfach keinen Bock drauf Ja, genau Also, das könnte auch seine Zeit brauchen Aber das interessiert euch wahrscheinlich eigentlich gar nichts Ja, wie ist es mir ergangen? Gut Ja, Team Doubles ist rausgekommen jetzt vor einer Woche ungefähr Ja, knapp einer Woche, jetzt Montag, heute ist Freitag Und gestern war ich für den Kanderol feiern Gestern, Altweiber, ne, also wer hier so in Düsseldorf wohnt Oder, ah, Köln, ah, Köln Der, ähm, ja, wird wahrscheinlich gestern auch unterwegs gewesen sein Ich hatte zum Glück um 11 Uhr 11 Schule raus und dann ging es los Einen ganzen Tag unterwegs bis, äh, keine Ahnung, bis wann war ich, wann war ich zu Hause, keine Ahnung Äh, irgendwann spät Und, ähm, ja, den ganzen Tag irgendwas gemacht Und, äh, rumgelatscht und konsumiert Und was weiß ich nicht alles, ja War auf jeden Fall ein lustiger Tag Genau, erstes Gameplay ist vorbei Jetzt gleich kommt noch ein Oddball Gameplay auf Adrift Weil ich mir schon gedacht habe, dass es noch ein bisschen dauert Bis ich hier alles, äh, angesprochen habe Und hier wieder total wirr alles und brah und blie und blub Und, ja, also Hier wird von mir nur Halo kommen Nichts anderes Und, ähm, ja So, soviel dazu Organisatorisches Gedöns Ich werde jetzt gleich noch kurz ein Mini-Thema ansprechen, so Äh, was ich mir noch überlegt habe, weil mir das aufgefallen ist Und ich das eigentlich als negative Entwicklung bezeichnen möchte Allerdings kann da jetzt keiner irgendwie wirklich was für Ne, das ist trotzdem De facto eine negative Entwicklung Ähm, genau Wir sehen hier noch Oddball Gameplay auf Adrift Und ich spiele da sogar Phasenweise, was heißt sogar Ja, spiele eigentlich meist in den meisten Oddball Games Wenn ich, äh, dabei bin, spiele ich auch objective Ja, hab immer mal den Ball und so und guck Auch, dass wir gewinnen, ne, alle Links, wenn ich jetzt, äh, public mit irgendwelchen randoms spiele Und, äh, klappt das leider auch nicht immer, ja Egal Ähm, ja genau, DMA, Bia, äh, DMA mit spiele ich hier, ja Da hat auch irgendjemand mal in die Comments geschrieben, das wäre voll ungewöhnlich für mich Ja, ich bin nicht so der DMA-Fan und mag die Bia natürlich lieber, ich bin ja auch Oldschool, ne Alt eingesessen, ja, Halo 3, ne Egal, ich habe alle Halo-Teile gespielt Ich habe alle Singleplayer gespielt Ich habe alle Multiplayer gespielt Ich habe Halo 2 für PC Ich habe Halo 1 für PC Also kann ich schon so ein bisschen sagen, dass ich schon alles mal gesehen, äh, har und gespielt habe Und, ähm, ja Egal So Jetzt zum Thema Zum eigentlichen kurzen Mini-Thema, was hier noch neben dem ganzen Organisationskram dabei ist Und zwar geht es um den Typ, der hier so rumleckt Nein, es geht um die deutsche Halo-Community, beziehungsweise die Halo-Community allgemein auf YouTube Ähm, denn da ist ja momentan, äh, so eine Down-Phase, ja Ähm, keine Ahnung Viele Kommentatoren machen nicht mehr so viel oder fast gar nichts Siehe, mich Nein, ich bin auch eins, die, einer dieser, äh, Menschen, ja Bei GGC zum Beispiel geht auch nicht mehr so viel ab, weil die sich, glaube ich, primär auf hier E-Sport-Ding jetzt, äh, momentan konzentrieren Und Toast nicht mehr so viel macht Beziehungsweise fast gar nichts mehr Und, äh, bei UNSC TV geht nicht mehr so viel ab Beim Bullet geht nicht mehr so viel ab Bei FFL geht nicht mehr so viel ab Allgemein geht weniger ab, ja Ähm, es gibt noch so ein paar kleine Kanäle, ähm, die jetzt irgendwie Auch anfangen ab und zu was hochzuladen Ähm, allerdings Hab ich mich jetzt auch noch nicht sonderlich mit dem Content auseinandergesetzt Ähm, ja, deswegen weiß ich jetzt noch nicht genau, wer da was macht, ja Ähm, ja, wer jetzt auf jeden Fall noch was gemacht hat Das ist die Halo-WG, da war ich noch ein bisschen mit dabei Und, äh, Skyware hat auch noch was gemacht, soweit ich weiß Und, äh, ja, deswegen, das sind so die Leute, die ich noch kenne, die was gemacht haben Allerdings sonst so, ist er ein bisschen Todehose Auch Walshy lädt ja nichts mehr hoch in der amerikanischen Community Und ich weiß nicht, ob das einen Grund hat, ob es einfach nur Halo 4 ist Aber, weiß ich, privat, ich meine, keiner kennt ihn ja wirklich Privat irgendwas hat, ähm, keine Ahnung, ja, ähm, Silly Goose nimmt momentan die amerikanische Community so ein Baut sein Imperium auf, ja, ich meine, ihm gehört Air-Gitar, ihm gehört Single Halo Clips Er hat seinen eigenen Kanal Da passiert schon einiges bei ihm, ja Naja, gut Oh, ich hab den Silly Goose mal in Murder Miners, im Matchmaking, was heißt Matchmaking, auf dem Server getroffen Voll krass Ah, mhm Genau, okay Ja, so war das Und ich weiß nicht, woran das liegt Und ob sich das vielleicht wieder ändern wird, wollte ich nur mal so anmerken, ja Und wenn es da Leute gibt, da draußen, die sich denken so Hey, ich könnte auch ganz viele Halo Commentaries machen, das wäre voll frech Macht's einfach Könnten wir auch gerne da eine Nachricht schreiben, ja Äh, dass ich mal euren Channel auschecken soll, oder so Egal, das soll's gewesen sein Neue, äh, nähere Infos zu meinem neuen Projekt gibt's bald Sobald wie möglich Und, ähm, ja Ich werde mich halt, wie gesagt, äh, mein Hauptaugenmerk liegt nicht mehr auf Sega 1 8 Allerdings werde ich den Kanal auch nicht einfach liegen lassen, weil, ich meine Ich spiele immer noch gern Halo, ich hab immer noch Spaß dran Vor allem, wenn jetzt die Competitive Playlist dann noch kommt, denke ich mal, wird's geil Und die das Title Update und so ist besser als ich ja auf jeden Fall mit Halo 4 Allerdings möchte ich halt trotzdem was anderes tun Und, äh, das werdet ihr dann mitbekommen Gut, sonst sage ich, haut rein, bis zum nächsten Mal Tschaußen Euch hat das heutige Video gefallen? Dann gebt dem Video doch ein Like und schreibt einen Kommentar Falls ihr mehr von Psyche und Quert sehen wollt, dann abonniert uns doch Und schaut auf Facebook und Twitter vorbei Falls euch das immer noch nicht reicht, könnt ihr auch gern bei unserem Podcast vorbeischauen Um Psyche und Quert auch unterwegs genießen zu können Alle wichtigen Links dazu stehen auf unserem Kanal und in der Videobeschreibung Haut rein, bis zum nächsten Mal Tschaußen Tschaußen Untertitelung des ZDF, 2020